ich bin wieder wir haben auch wassermelonen plantagen und wir verkaufen wassermelonen so leute also hier sind viele wassermelonen die nicht reif sind woran erkennt ihr das? durch klopfen hat mir gerade meine tante beigebracht durch klopfen hört es sich einfach ein bisschen so hohl an hier ist es ein bisschen hart aber der hier hört sich anders an hört ihr den unterschied? so hört sich an also der ist reif der ist nicht reif der ist reif der ist nicht reis unterschied okay osf es gibt einen Räumen den Also auf die Füße slower wird, wenn man zu schützen kann, muss man zu schützen. Es geht noch zu sch privacy! ja okay Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.